Hartz Altitude Emily ist eine rote Altitude Tochter und stammt aus einer neuen Aukros Blutlinie für Red Holsteins, was sie zusätzlich sehr interessant macht. Hinter diesem Kalm stehen 13 Generationen Very Good und Exzellent Kühe. Mit Lucky, Jedi, Tango und Planet in Pedigree bringt sie komplett anderes Blut in die Red Holstein Population. Zusätzlich ist sie mit 1441 Iset, 130 NDP, 133 Euter kombiniert mit 1400 kg Milch und positiven Inhaltsstoffen auch sehr interessant mit ihrem Genom. Emily ist ein sehr schönes und gut entwickeltes Kalb und viel Milchtyp. Hartz Altitude Emily ist ein rote Altitude, eine komplett Outcross für die Population Red Holsteins. Nach diesem rote, findet ihr 13 Generationen Very Good und Exzellent Kühe. Deine Untertitelung des ZDF, 2020